Moin, es ist der 7.9.2023 und ich bin aufgeregt. Heute ist der Gerichtstermin, an dem der Strafbefehl verhandelt wird, der mir zugesandt wurde bezüglich zweier Videos in 2021. Natürlich mal wieder so das Übliche. Irgendwie Regierung beleidigt, angeblich Verharmlosung des Nationalsozialismus. Es ist unfassbar, was sich die Leute einfallen lassen, die die Maßnahmen bezüglich Corona zu verantworten hatten, um von ihren Schandtaten abzulenken. Es ist unfassbar. Und es ist noch unfassbarer, wenn die Gerichte bei diesem Scheiß mitmachen. So, also ich habe diverse Videos vorab schon mal rausgehauen, in denen ich ganz klar gesagt habe, das, was ich gemacht habe, ist nichts anderes, als meine Meinungsfreiheit wahrzunehmen, als meine Kunstfreiheit wahrzunehmen und das rauszuhauen, was die Opposition selbstverständlich raushauen darf. Was völlig im Rahmen dessen ist, was man als Mittel zur Verfügung hat, um den Verantwortlichen, um einer Regierung zu sagen, das und das ist nicht in Ordnung so. Und wenn das jetzt mit Hilfe von, ich sag mal, Antisemitismusrelativierung, ja. Ja, das Wort habe ich benutzt, weil Antisemitismus ist eine böse Sache. Aber wenn man den dazu benutzt, um harmlose Leute zu diskriminieren, fertig zu machen, dann ist das ganz, ganz übel, weil es eigentlich diesen Schutzschild, den man aufgebaut hat vor einer gesellschaftlichen Gruppe, weil der damit demontiert wird, weil damit dieser Schutzschild seine Wirkung verliert. Ja. Und ich hätte es eigentlich gerne andersrum gesehen, dass jegliche gesellschaftliche Gruppe so ein Schutzschild bekommt gegen Übergriffe von oben. Ja. Dass die Verfassung endlich mal dazu da ist, wozu sie da ist. Nämlich die Bevölkerung vor der Regierung zu schützen und ihnen ihre Rechte zu garantieren. Und heute wird wieder so getan, als ob ich mit meiner oppositionellen Stimme irgendetwas Unrechtes getan habe. Vielleicht habe ich ja eine nette Richterin, einen netten Richter, die mit dem nötigen Verständnis sich das angucken, die mit der nötigen Kompetenz sich das angucken und merken, das, was mir da angehängt wurde, war nichts anderes als Unterdrückung der Opposition. Tja, in der DDR hätte man das Zersetzung genannt. Tja. So. Dieses Wort muss man inzwischen benutzen, weil es systematisch angewandt wird gegen alle Leute, die etwas zu sagen haben, die für sich in Anspruch nehmen, die Politik mitgestalten zu wollen und sie das nicht bieten lassen zu wollen, was diese Regierung hier anzettelt. Tja. So. Das ist jetzt der Stand von 7.30 Uhr am 07.09.2023. Und ich hoffe denn mal, dass ich heute freigesprochen werde. Mal schauen. Ich hatte ja versprochen, dass ich zeitnah nach dem Prozess über diesen informiere. Hat leider nicht stattgefunden. Also, wie kam das zustande? Die Richterin stellte gleich fest, noch bevor es überhaupt losging, dass Beweismaterial leider nicht zur Verfügung stand. Nämlich Video Nummer zwei, welches auf einem Stick gespeichert wurde, war nicht lesbar. Weil, tja, das weiß niemand, weil es durfte ja auch niemand kontrollieren. Die Justiz muss das selbst kontrollieren, warum so etwas denn nicht lesbar ist vor einer Verhandlung. Da kann man jetzt diverse Verschwörungstheorien aufstellen, warum das so war. Die einzige Theorie, die ich dazu habe, ist, dass der Druck, der auf mir lastet, euch noch ein bisschen halten bleiben soll, bevor es dann zu Freispruch kommt. So kann man mich vielleicht am ersten ausbremsen, dass ich mich mit diesem alten Scheiß noch weiter beschäftige, dass ich immer noch befürchte, dass ich verurteilt werden könnte. Ja, das mag ja gut sein, aber ich werde das Ding jetzt in Gedanken schon mal ad acta legen, weil diese Hinhaltepolitik seitens der Justiz ist unakzeptabel, ist unanständig, ist inkompetent und wirft einfach nur ein schlechtes Licht auf unsere Justiz, dass sie nicht in der Lage sind, solche Dinge zeitnah korrekt durchzuführen, dass sie nicht in der Lage sind, mit digitalen Mitteln vernünftig zu arbeiten, dass sie scheinbar nicht über die Angestellten verfügen, die dazu in der Lage sind, für einen Prozess diese Dinge so bereitzustellen, wie es sein müsste. Gut, genug gelästert. Der Prozess hat nicht stattgefunden. Wir sind dann mit ungefähr 20 Leuten gegenüber einen Kaffee trinken gegangen, haben uns nett unterhalten und Informationen ausgetauscht, die wir noch nicht hatten. Und jetzt ist der nächste Termin dann wohl am 19. Oktober, 12 Uhr. Mal schauen, wann die Einladung kommt. Das werde ich dann zu diesem Zeitpunkt nochmal genauer bekannt geben. Tja, was mache ich jetzt? Ich erhole mich erstmal von dieser nervlichen Anspannung und wünsche euch bis dahin auch alles Gute. Insbesondere, dass ihr keine neue Pandemie wieder ins Land einzieht. Dass wir diesen Quatsch diesmal rechtzeitig verhindern, mit viel mehr Leuten, als wir in 2020 waren. Dass ihr anständig bleibt, einen geraden Rücken habt, eure Meinung weiterhin sagt. Euch nicht verbieten lasst, eure Wahrheiten zu sagen. Weil die offiziellen Narrative so verlogen sind wie selten etwas zuvor. Das ist meine Meinung, darf man natürlich auch sagen. Ja, weil wir haben uns bei dem Gespräch auch noch ein bisschen dazu ausgetauscht, wie man denn in Zukunft Dinge formulieren sollte, damit man nicht sofort angeschwärzt werden kann. Ja, also wenn man irgendjemanden ins Visier nimmt und sagt, du bist ein Arschloch, dann ist das natürlich eine Beleidigung. Wenn man jetzt aber nur sagt, also mein Gott, jetzt wäre es mir doch beinahe rausgefahren und ich hätte beinahe gesagt, aber das darf man ja noch nicht mal denken, dass du ein Arschloch bist. Aber das werde ich niemals behaupten und niemals sagen. Und gut, also DDR 2.0, ja. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ich bleib dran.